Entdecken Sie die Florida Everglades mit dem Everglades Eco Adventure der Miami Tour Company. Die Tour bietet eine Schlauchbootfahrt und eine Wildlife Show im Gator Park. Die Busfahrt zu den Everglades beträgt ca. 40 Minuten und passiert durch außergewöhnliche Stadtteile Miamis. Lernen Sie Interessantes über das Everglades Ökosystem und erfahren Sie, warum es der River of Grass genannt wird. Erfahren Sie, wie der Staat einst versuchte, die Nassgebiete zu entwässern und was jetzt getan werden muss, um sie wiederherzustellen. Im Gator Park kriegen Sie wild lebende Tiere zu sehen, während Sie per Boot tief in den Everglades National Park hineinfahren. Danach kriegen Sie eine aufregende Wildlife Show zu sehen und wenn Sie mutig sind, können Sie sogar einen Baby Gator im Arm halten. Die Schlauchbootfahrt und Wildlife Show werden auf Englisch gegeben. Wir sind davon überzeugt, dass Sie viel Spaß mit uns haben werden. Aber hören Sie nicht nur auf uns. Hier ist, was andere zu sagen haben. Besuchen Sie MiamiTourCompany.com für weitere Informationen. Internetbuchungen brauchen nur eine Minute. Um gleich heute zu buchen, wählen Sie einfach Anzahl, Datum und Abholort. Dann klicken Sie auf den Button in den Einkaufswagen hier unten. Vielen Dank. Wir freuen uns schon darauf, Sie auf unserer Tour begrüßen zu dürfen. Untertitelung im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020